Ok, das war nicht ich. Was ist hier los? Ja, wir kriegen die bestimmt doch noch, oder? Nochmal speichern? Mindestens geht das Speichern relativ schnell. Oh, hi. Ach, ich kann die Dinger einfach kaputt schießen, sagt mir das doch einer. Hä? Was ist hier los? Achso, hier liegt einer. Da. James. Okay. Wo ist Frau Bergmann? Nein. Hallo Frau Bergmann. Okay. Vielleicht ist diese Frau Bergmann doch nicht unbedingt unser Freund. Anscheinend hat hier James auf dem Gewissen. Gehen wir uns erstmal hier lang oben, scheint ja zu zu sein. Und... Wtf? 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 Was? Achso. Das sollen diese Kreise darstellen, die man schon in den vorigen Teilen hatte. Ich verstehe. Punktgenaue Landung. Nicht schlecht. Hallo. Was ist denn hier? Hä? Da ist nix. Kann ich hier durch gucken? Warum? Hier irgendwas? Muss ich hier echt mit dem Wieser durchgucken? Ich meine, hier sind ja so Fenster drin. Ah, hier oben auch. Hey. Wo the fuck bist du? Nein. 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 Nein, du musst es weg. Was hat die da geöffnet? Ganz, ganz viele Metroids. Es kann nicht sein. Und die Tür sind damit zu. Was zur Hölle? Godzilla. Und das Ding pupst Metroids. Okay, ich muss den Metroids aus... Ach ja. Okay, ich muss den Metroids ausweichen, damit ich sie überhaupt einfrieren kann. Oh Mann, sind die nervig. Kommt mal alle auf einen Haufen. Wow. Shit, zu langsam. Oh Mann, gehen die mir auf den Sack. . Oh, alter. Really? Ey, die sind so nervig. Das Problem ist Ich will glaube ich zuerst mal die Metroids erledigen Weil die gehen mir hier extrem auf die Eier Ey Okay, alle auf einem Haufen Ey, sie spawnt immer wieder Metroids nach, man Wie gay ist das denn? Äh, nee Okay Normale Missiles? Ich bin mir nicht sicher, ob normale Missiles so klug ist Denn jedes Mal, wenn ich anscheinend einen Metroids töte, spawnt sie neue Das heißt, wenn, möchte ich alle auf einmal töten Also ist zumindest gerade mein Plan Das Problem ist halt, ich krieg nicht einen Metroids einzeln Weil die mich die ganze Zeit attacken Das heißt, entweder ich krieg alle gleichzeitig oder ich krieg gar keinen Das Vieh stirbt nicht mal von der Oh mein Gott ist das gay Außerdem sterben die nicht von normalen Missiles anscheinend Ja, dann seht ihr das Es spawnen immer 5 Stück Das heißt, mein Ziel ist es eigentlich Wow, sie hat die Metroids out of bounds geschossen Cool Alle gleichzeitig zu freezen Aber dann passiert sowas Oh mein Gott Ist das nervig Warum? Ich verstehe es gerade nicht Okay, da hat sich gerade einfach mal mein Akkuladegerät gedacht Das beginnt Selbstmode oder so Keine Ahnung Weil du nur einen mit einer Supermissile triffst Den Rest mit normalen Missiles Ähm, okay Alter Alter Seht ihr das? Genau das passiert nämlich Wenn ich nicht alle gleichzeitig erwische Ey, das ist bescheuert Ist das der letzte Boss? Okay Okay, wir haben alle Endlich Okay, ich muss sie nicht gleichzeitig tücken Okay, das ist also dein Schwachpunkt Ich sehe Wow, hallo Okay, ich sehe Oh, cool Okay, so mache ich Schaden an ihr Das ist easy Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Okay, ich sehe Okay, sie hat noch nicht genug Okay, danke Okay, danke